hallo und herzlich willkommen zu einem world of warplans ich dabe mir schnell die würfel und würfel eine 2 ey meine erste 2 oder? ich glaube 12 hatte ich schon mal aber das ist meine erste 2 ja dann legen wir mal gleich mit den elite flieger los und hoffe dass wir jetzt nicht allzulang warten weil es ist 6.50 weil um 10.00 musste ich los zur arbeit also ich muss jetzt ungefähr spät naja stunde später ne stunde nicht ja doch jetzt ungefähr ja sonst wird das alles ein bisschen eng ich denke mal heute was schönes wetter bisschen bewirkt naja was heißt bisschen bewirkt sieht halt bisschen bewirkt aus um diese Zeit dann gibst du mich wieder ins bett legen und weiter schlafen ja okay hier mal nur schon vorhaben bitte uuuh oh weiter gehts let's go ok oh 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 um dazu schlechter mit wie wollen die 1 2 ja und so viel besser der reizigte auch schlechter schau mal einfach das für mich abgeschossen werden nicht so wie gestern oder vorgestern aber eigentlich am montag war ich auch so schnell geschossen da oben und unten sitzen ja 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 Schlag mit Schuss! Waffen überhitzt! Motor überhitzt! Treffer! Schwimmungsabress stabilisiert! Motor überhitzt! Treffer! Erster Abschluss! Erster Abschluss! Schick, Schick! Erster Abschluss! Erster Abschluss! Ferffer! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ah! Ah! Perfekt! Oh, ich hab die kaputt gerammt. Allerdings müssen wir aber ein bisschen leben von mir glauben, aber... Oh. Ja. Nein, wir nicht. Ich muss noch höher. Oh. Vierter Abschluss. Fünfter Abschluss. Oh, der Muff. Fünfter Abschluss. Eieieiei, sechs Abschüsse. Aber ich denke mal, den kriegen wir nicht mehr. Aber das Witzigste ist, dass ich da einen kaputt gerammt habe. Aber der hat doch sowieso fast kein Leben mehr gehabt. Guck mal, wie die sich auf ihn stürzen. Alle fähren. Und mir hat fünf. Die Bombe habe ich auch noch an Bord. Schick. 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 Ja. Das war mal eine super Runde. Schick. Dann würfeln wir schnell. Ach, das nächste Mal. Und eine 12 gewürfelt. Schick. Das wäre jetzt mal eine andere Hände. So ein Mist. Schick. 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 Na ja, probieren wir das Beste. Probieren wir das Beste. Nur ein bisschen den Tisch aufräumen hier. Ach ja. So, dann geht es jetzt mal los hier. Kann ich auch nur 13 Minuten mitbringen? Was solltest du denn mitbringen? Okay. Schauen wir jetzt mal hier rein. Guck mal, wie schön das aussieht. Los geht's. So, dann hören wir uns ein bisschen die Basis zerstören. Die hatte ich glaube schon mal gehabt. Zeitkontakt. Schlag beschoss. Ziel beschädigt. So. 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 zerstört aber bei mir steht hier eine 1 dass ich ein flugzeug zerstört habe und 38 punkte für ein gebäude ich habe es gemacht bei allen bei den untersten hier glaube ich auch 25 lol dann zurück zum Anger Wollen wir mal eine schnelle Runde machen? ne das ist schon zu lang die erste Wunderschwein dort so das war für heute World of Warplan und mit meinen beiden Elite Flieger das erste mal vor allem den einen hatte ich ja schon mal gehabt aber den anderen dann beide an einen Tag zu mir führen ich sollte heute Lotto spielen ne lieber nicht ja das war's mit World of Warplans für heute und die Woche nächste Woche mal schauen was wir spielen werden und ja danke fürs Zuschauen würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Video dabei seid bis dahin wünsche euch viel Spaß und auf wiedersehen ciao 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 Vielen Dank.